Und herzlich willkommen! Leute, yo, wie geht's? Heute zur Abwechslung mal wieder ein neues Warzone-Video und ich habe was ganz Spezielles für euch dabei. Und zwar habe ich mir jetzt tatsächlich Call for the Vanguard einfach mal als digitaler Download geholt, weil man bekommt eben diese Night Raid Mastercraft Variante, die ein Visier hat, das oben offen ist. Ah ne, meinen 3 Bullfrog suche ich kurz mal die P-Pesh. Da ist sie, Nachtüberfall heißt nämlich die P-PSH Variante. Ich glaube, man spricht sie tatsächlich P-Pesh aus. Und ich konnte es zuerst nicht fassen, weil diese Variante halt einfach hier oben drauf einen Rotpunkt hat. Ihr seht schon, das sieht so geil aus. Es ist eine Mastercraft Variante, das heißt, das ganze Modell ist ja auch hier, wie ihr seht, nicht wie eine normale P-Pesh, sondern anders gebaut. Und sie hat halt das Diamondback R02, was aber nicht nur das Normale sieht ja so aus. Und das hier ist jetzt einfach komplett anders. Und ihr bekommt es halt, soweit ich das weiß, nur mit dieser Variante. Und dementsprechend finde ich, ist ein bisschen schade, dass man das wirklich nur so bekommen kann. Ich weiß nicht, ob das mit irgendeiner anderen Variante noch geändert wird. 15.7 Sonderkommando-Lauf. Loll! Wie geil ist das denn? Jetzt auch, oder? Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Ey, das ist mal eine Variante, die lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Ich packe jetzt mal den normalen Feuerdämpfer drauf, weil ihr ja gemeckert habt beim letzten Video, dass die Bullfrog man auch eher mit dem spielt. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr wusstet, dass man das mit dieser Variante so machen kann. Meine Schweizer Klasse seht ihr hier, so spiele ich die aktuell. Ich habe so Bock, wenn ich das hier auf einen Solo winnen damit. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Ich habe gerade noch die Info bekommen, dass jetzt der neue Geschmack Burning Feather bei Level Up wieder gerestockt wurde. War jetzt lange Zeit ausverkauft und ist jetzt direkt wieder da. Es gibt auch aktuell noch bis zum Ende des Monats die Bundles. Ihr findet natürlich den Link unten in der Beschreibung. Und das hier ist die Bundle-Seite. Da findet ihr alle möglichen Bundles. Mein eigenes zum Beispiel auch mit Digital Camo und der Galaxy Edition nochmal. Plus meinem eigenen Shaker. Ist schon rabattiert. Und dann hier den Rabattcode reinschreiben. Einfach Aimbrot. Dann bekommt ihr nochmal Rabatt da drauf. Das Ganze ist ein Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Deswegen empfehle ich es auch immer ab 18 Jahren. Schaut da bei meinem Partner gerne in der Beschreibung vorbei. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Wir gehen jetzt auf den Solo hin. Tobias geht rein. Einfach mal kurz auf Abonnieren drücken, Leute. Ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Jetzt einmal Nachtüberfall-Pepesh testen. Die sieht instant so aus, als ob. Wie geil. Hey, was ist jetzt passiert? Da kommt halt einfach der Sniper aus mir raus. Kann ich nicht anders sagen. Okay, Leute, wir machen jetzt hier einfach einen One-Taker, oder? Einmal so richtig knackig. Aber hier kommen wir nicht rein. Nein, 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 nein. Er klaut safe. Das war nicht der Einzige. Ich krieg hier. Wichtig. Kommt der Nächste. Jetzt gib mir die Waffe. Wo ist der? Hier war noch einer. Vorratskiste gefunden. Position sichern. Das ist nicht passiert. Nein. First round. Ich fasse es gerade wirklich nicht. Er hat gegen die Wand geschossen. Ich stand hinter der Wand. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Das kann nicht mir wieder passieren. Haha. Jetzt wird gewonnen. Was haben wir für eine XM4? Hier? Ich kann noch nirgends wo richtig gucken. Oh, hier ist gut. Du bist Kerl. AFK einfach. Was ist denn jetzt hier los? Das Spiel möchte nicht mehr, dass ich spiele. Die wollen einfach nur mich komplett trollen. Nummer eins. Oh, wie geil das aussieht, Leute. Und das Visier. Oh, das ist schon geil. Da ist einer drin. Ich sehe ihn einfach nicht. Das ist komplett lost und dunkel da. Ich habe erst gedacht, er schießt von der anderen Seite da. Wo kommt er? Hab was? Hab was? Hier ist er. Ah! Da ist sie. Er wurde geholt. Oh! Das ist wieder alles dunkel. Ich sehe es nicht. Dann guck dir das an. Ich will die Kierke mit sehen. Ey, Größen. Aber das wird schon noch. Das wird alles noch gut. Gehen. Einer hat mir gerade von euch auf Instagram geschrieben. Ja, also am Anfang sind die Lobbys immer entspannt. Merke ich. Aber wir müssen da durch. Bis die neue Map kommt. Dann haben wir wieder mehr Spaß. Ich mache jetzt eine Flagge. Der Feind nähert sich. Oh, 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 oh. Oh. Aufklärungsdaten gesichert. Gut gemacht. Ah! Es ist wieder. Nicht zu fassen. Oder? Das Pech steht mir schon hier auf die Stirn geschrieben. Ja. Ah. Oh, das war wieder eine knappe Geschichte. So, mal gucken. Oh, wie viele hier sind. Guck mal. Eins. Zwei. Und drei. Und raus. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen. Die sehe ich nicht mal. Cool. Oh, oh. Knallt. Auf meiner Höhe sogar. Das war nett von denen. Das hat ja... Er hat ja nichts gerafft, ne? Er hat ja gedacht, er wäre hier schon fertig mit dem Kill. Komm. Ohne raus. Und weiter. Bestimmt, irgendwer auch mit Geist unterwegs, oder? Wenn alles nichts hilft, ab zum... Wieso nicht? Nee. Das lass ich nicht mit mir machen. Dann fahren wir erstmal. Ist jetzt hier noch einer drin und schimmelt, oder? Wie machen wir das? Oh, oh, oh. Ja, ich hol mir ganz kurz mal einen Prezi. Zwingen den, äh, zu arbeiten. Oh, da landet auch was. Ich muss einmal außen rum. Nix getroffen. Wild. Wo sind die denn jetzt? Hier, ne? Ah, doch, die falsche Seite. War halt nur einer. Keine Ahnung, ob und wo jetzt hier noch mehr ist. Der hätte McTen, ne? Ich würde gerne fahren, aber kritisch. Kritisch. Ah, mit Glück. Oh, da, lass da. Leute. Kollege, ich komme. Oh, hier ist einiges. Hilfe. Wo ist der Sniper? Wo war der? Wo war der? Da oben. Oh, jetzt habe ich keinen Prezi. Ach du Scheiße. Ich übernehme das. Wer hat auch keinen. Ja, das ist lost. Scheiße, Mann. Das ist sehr schade gerade. Das ist sehr schade gerade. Nein. Junge, Mann. Weiter, weiter, weiter. Bevor der nächste kommt. Ich habe immer Angst, dass direkt der nächste kommt und tradet. Passiert nämlich so oft in dem Game. Kann halt immer sein, dass hier irgendjemand einen ärgern will. Da oben. Das ist aber wild, was ich hier mache. Ich bin hier Drohne über uns. Das ist aber wild, was ich hier mache. Ich bin hier Drohne über uns. Oh mein Gott. Von wo wurde der denn angeschossen? Von da? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den habe ich nicht gemacht. Gefährliche Sachen hier. Das Gas verbreitet sich. Schnell in die neue Sicherheitszone. Ne. Nein. Da. Bitte? In welcher Welt hat der nicht gesessen? Also warum sollte ich hier weggehen? So warum? da wieder einer das war blöd wo ist er na komm spielt er nicht na es war klar scheiße ich habe überlebt ich glaube es nicht bitte 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 das geil ich muss jetzt einmal runterspielen hier durch die wand und dann nein ich glaube es nicht das gibt es nicht das gibt es nicht ich will halt so krass in der zone ich kann jetzt nicht zu diesem shop das ist ein bait holen wir uns kurz hier ist noch was hier ist noch was was aber gerade geschossen ich denke es ist nicht darum habe ich gibt es nicht das gibt es echt nicht die schimmeln hier alle ultra hart rum ist jetzt nicht einer hier in mein haus gelaufen oder ganz schnell hoch scheiße ärgerlich ich weiß dass einer ist das gut komm jetzt habe ich ihn jetzt habe ich ihn ich glaube unter mir war noch ein step es ist halt gerade ein ausharren in der zone und einfach alles geben komm ich bin halt perfekt drin warum sollte ich mich hier weg begeben da sollte keiner mehr kommen ich habe die beste posi er ist da echt noch drauf ich will gucken ich will eigentlich was machen ja der weiß es ok wo haben wir ihn ja es war so klar ich wollte einfach mich bewegen und was machen er hat im friedhof im busch gehockt das ist halt warum mache ich das war ja auch irgendwie immer wieder klar deshalb du wirst nicht belohnt wenn du irgendwie dich viel bewegst das glaube ich halt ne ich war bei 12 kills ne und er kämpft in den sandsäcken jetzt macht es halt richtig ne und lasert ihn so weg ich fasse es nicht das hätte ich machen müssen eins gegen eins komm dann ja krass der war ja komplett lost und der hat mich geholt mit was für einem visier auf der tundra da könnte ich da könnte ich jetzt echt mich sehr sehr ärgern ja so macht so ein spaß leute ihr habt ja gesehen ich hab wirklich mal jetzt versucht so richtig schön in den cup zu kommen aber dann wirst du halt trotzdem von irgendwem geholt der irgendwo im busch hockt aber vielleicht im nächsten solo video wieder ein solo win hätte ich richtig bock und ja danke fürs zuschauen leute lasst gerne auch ein abo auf dem kanal da wenn ihr bock habt und wenn nicht dann checkt auf jeden fall trotzdem hier instagram twitter aus letztes video hier und da ich ärgere mich gerade so habt auch einen schönen tag haut rein und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal